Hallo Leute, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Heute gibt es mal wieder eine Ausgabe von den TUS News. Und zwar spielt die TUS Koblenz am 19. September um 19.30 Uhr im Rheinland-Pokal-Spiel. Gespielt wird dann gegen die SG Müden, das ist gar nicht so weit weg von uns hier, also fast die Nachbardörfer. Das wird natürlich ein sehr spannendes Spiel dann für uns. So, das war es dann noch mit dem Video heute. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, um das hier zu drehen. Das war es auch heute schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Mal gucken, was dann für die TUS News gibt. Ich hoffe, die TUS Koblenz kommt natürlich noch runter weiter. Macht es gut, bis im nächsten Video. Ciao.